Also auf dem Weihnachtslagenzauber ist es ein bisschen leerer als gedacht, bedingtes Wetter, aber trotzdem sehr gemütlich. Die Menschen sind alle sehr nett hier. Man wird herzlich empfangen mit Cupcakes oder mit warmen Waffeln, schokolierte Früchte. Also es ist eigentlich richtig schön. Es ist auch rutes Licht. Ich habe, glaube ich, noch nie die Schule so schön beleuchtet gesehen, muss ich sagen. Wir gucken jetzt mal, wo man das Spöckbrot dann auch machen kann, weil es ist nicht nur Brot am Spöck, sondern man kann es natürlich auch selber erwärmen und machen, wenn man das will. Hier haben wir die Kinder, die gerade schnell eine Stufung verbrennen wahrscheinlich, aber auch sehr gut. Hier wird auch auf dem Markt ganz viel von Hand zu Hand verkauft. Sehr schön. Schokolierte Äpfel, super, ganz schön fertig. Wir haben Kinderkunst da, wir haben heiße Mokolade da. Dementsprechend auch eine reichliche Auswahl an Spirituosen für Lumumba und Kaffee auch für die Schläfer-Jones. Ja. Sehr schön. Aber wir gehen jetzt mal weiter, weil wenn man mal ein bisschen hört, man hört Musik und wir folgen da jetzt mal. Und wenn die Glocken dann klingen, gleich sie das Christkindlein hört, tut sich vom Himmel dann schlingen, heilet er wieder zu mir, segnet den Vaters die Mutter das Kind. Ja, wir können mal Hallo sagen. Ja, genau. Hallo, Konzertkommission. Ja, genau. Ich bin noch ein Stück ab, diese totalen Ideen schon was zu machen, oder? Wow. Im Zusammenhang mit den Kollegen, mit Herrn Bär, mit der Frau Arnold zusammen und dem Förderverein, ist diese Idee entstanden. Und zum Schluss eben zu sagen, wir fangen zusammen an und zum Schluss singen wir alle zusammen. Ja. Das war die Idee, die dahinter steht. Also wir können sagen, dass es uns gekommen hat, auf jeden Fall laut mit besonnen. Ja. Das hat jeder Spaß gehabt. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns jetzt, weil es ist kalt und jeder geht nach Hause. Und wir wünschen euch frohe Weihnachten und schön, dass ihr zugeschaut habt. Ja. Und guten Morgen zu sehen. Tschüss. 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 Vielen Dank.